Alle zusammengesetzten Erscheinungen müssen sich wieder auflösen. Sie sind unbeständig, flüchtig und vergänglich. Dasselbe gilt für unseren Körper, obwohl wir dies häufig vergessen, weil wir an ihm so sehr hängen. Viele Menschen, die sich dieser Tatsache bewusst werden, empfinden darüber großes Leid. Doch wenn wir uns klarmachen, wie die Dinge tatsächlich sind, können wir viel leichter akzeptieren, dass nichts eine eigenständige Existenz besitzt. Dies wiederum zeigt, dass auch das Leiden unbeständig, flüchtig und vergänglich ist und nicht aus sich selbst heraus existiert. Diese Erkenntnis hilft uns in schwierigen Lebensumständen oder wenn wir auf Herausforderungen stoßen, die wir meistern müssen. Die Vergänglichkeit aller Dinge Das menschliche Leben, und sei es auch noch so kurz, hat einen unschätzbaren Wert. Die Kontemplation über Vergänglichkeit hilft uns demnach zu würdigen, wie wertvoll die Zeit für uns ist. Jede Sekunde des Lebens ist kostbar. Gewöhnlich lassen wir zu, dass die Zeit einfach verstreicht, wie feiner Goldstaub, der uns zwischen den Fingern hindurchrinnt. Warum aber verschieben wir Angelegenheiten, die, wie wir intuitiv erfassen, von ganz entscheidender Bedeutung sind, ständig auf später? Selbstverständlich brauchen wir nicht vor Ungeduld gewissermaßen mit den Füßen zu scharren, nur weil wir so schnell wie möglich Resultate zu sehen bekommen wollen. Notwendig aber ist der unerschütterliche Entschluss, keine Zeit mehr mit belanglosen Zerstreuungen zu verlieren. Keinesfalls sollten wir uns von der Illusion täuschen lassen, das ganze Leben liege noch vor uns. Unversehens kann der Tod jederzeit eintreten. Mit welchen Augen wir den Tod betrachten, hat weitreichenden Einfluss auf unsere Lebensqualität. Manche Menschen haben große Angst vor dem Tod, andere denken lieber erst gar nicht an ihn, wieder andere machen ihn zum Gegenstand der Meditation, um jedem Augenblick des Daseins mit größerer Wertschätzung begegnen und besser unterscheiden zu können, was ihnen wirklich lebenswert erscheint. Für jeden von uns ist der Tod unausweichlich. Darin sind alle Menschen einander vollkommen gleichgestellt. Hingegen unterscheiden sie sich in der Art, wie sie sich auf ihn vorbereiten. Ein Weiser nimmt die Einsicht in die eigene Sterblichkeit, die unabweisbare Tatsache, dass er, wie alle anderen, dem Tod nicht entrinnen wird, als Ansporn, sich beherzt und unverzagt den Anforderungen des Lebens zu stellen, statt seine Zeit mit nichtigen Zerstreuungen zu vertun. Der Tod ist für ihn beileibe keine fixe Idee. Da er jedoch weiß, wie flüchtig und hinfällig, wie unsicher das Leben ist, vermag er der Lebensspanne, die ihm noch verbleibt, ihren wahren Wert beizumessen. Wer jeden Augenblick nutzt, um ein besserer Mensch zu werden und zum Glück seiner Mitmenschen beizutragen, wird schließlich in Frieden sterben können. Wenn wir uns des fundamental wechselhaften Charakters alles Existierenden bewusst werden, wie können wir dann noch meinen, jemand sei von Grund auf schlecht oder eine Sache sei für immer begehrenswert oder hassenswert? Wie kann ich denken, etwas sei wirklich mein? Wie können wir noch an ein dauerhaftes Ich inmitten unseres sich ständig wandelnden Bewusstseinsstroms glauben? Die Einsicht, dass es in der Natur aller Phänomene der belebten und unbelebten Welt liegt, sich zu verändern, bewahrt uns davor, an den Dingen zu haften, als würden sie ewig bestehen. Ein Irrglaube, der früher oder später zur Ursache von Leid wird, da er völlig in Widerspruch zur Wirklichkeit steht. Sind wir uns hingegen der Vergänglichkeit bewusst, erkennen wir beim Eintreten einer Veränderung, dass sie der ureigenen Natur der Dinge gemäß erfolgt. Daher macht sie uns dann nicht so sehr zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten der Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit auf der groben Ebene bezieht sich auf die materiellen Aspekte der Existenz. Die Vergänglichkeit auf der subtilen Ebene zeigt sich in jeder Sekunde in uns, um uns herum und in unserem Geist. Wenn wir ueber die Vergänglichkeit meditieren, lernen wir, die wahre Natur des Leidens zu durchschauen. So sind wir den Ursachen und Bedingungen, die in unserem Leben negative Folgen zeitigen, nicht mehr ausgesetzt. Wir entwickeln stattdessen geistigen Frieden. Vergänglichkeit und gegenseitige Abhaengigkeit oder Die Welt sehen, wie sie ist Der Buddhismus bietet eine Methode an, die uns hilft, uns zu verbessern. Dabei versuchen wir, die wahre Natur der Dinge zu erkennen, ohne uns vom aeußerlichen Schein trügen zu lassen. Die Phänomene, die sich unseren Wahrnehmungsorganen darbieten, haben keine letztendliche Realität. Nehmen wir das Beispiel eines Berges. Der Berg scheint heute der gleiche wie gestern zu sein. Entstanden vor tausenden von Jahren, repräsentiert er eine Kontinuität in der Welt der Erscheinungen. Auch wenn man eine relative Stabilität in seiner großen Erscheinung feststellen kann, muss man doch zugeben, dass sich bei genauer Analyse jedes seiner Teilchen ständig verändert. Diese Veränderungen, die im Unendlich Kleinen stattfinden, werden von unserem Geist als Kontinuum wahrgenommen. Diese wahrgenommene Beständigkeit ist nichts als eine Illusion, denn nichts bleibt sich selbst gleich. Es gibt keine zwei aufeinanderfolgenden Augenblicke, die sich vollständig ähneln. Nach dem Beispiel des Berges nehmen wir das der Blume, deren Vergänglichkeit und Unbeständigkeit offensichtlich sind. Die Blume, die heute in voller Blüte steht, war zuerst ein Same, dann eine Knospe. Diese Veränderungen veranschaulichen die subtile Unbeständigkeit eines jeden Augenblicks. Diese Unbeständigkeit ist die wahre Natur der Blume. Kaum dass sie aufgeblüht ist, verwelkt sie. Ob es sich nun um einen Berg oder eine Blume handelt, wir müssen uns an die Vorstellung gewöhnen, dass ein Phänomen im Moment seines Erscheinens bereits die Ursache für sein Ende in sich trägt. Die Unbeständigkeit der Erscheinungen ist auf äußere Ursachen und Bedingungen zurückzuführen. Wenn wir behaupten, dass alle Dinge einander bedingen und voneinander abhängen, dann bedeutet das, dass sie keine Existenz an sich haben. Die Fähigkeit zur Verwandlung selbst, die allen Erscheinungen inne wohnt, verweist auf die grundlegende Wechselseitigkeit alles Lebendigen. Kann man sagen, dass es eine Wesenheit Blume gibt, die an sich existiert? Die Antwort ist nein. Die Blume ist nur eine Ansammlung von Eigenschaften, Form, Farbe, Duft, aber es existiert keine Blume, die unabhängig von ihren Erscheinungen wäre. Unsere Wahrnehmung der Zeit beruht ebenfalls auf einer falschen Sicht der Wirklichkeit. Die Gegenwart ist die Wahrheit, die wir hier und jetzt leben, aber es ist eine unfassbare Wirklichkeit, die nicht von Dauer ist. Wir befinden uns in einer paradoxen Situation, in der das Gegenwärtige eine Grenze darstellt, eine Linie zwischen Vergangenheit und Zukunft, der aber keine konkrete Wirklichkeit entspricht. Die Gegenwart ist jener unfassbare Augenblick zwischen dem, was nicht mehr ist, und dem, was noch nicht ist. Diese Begriffe, die wir für die Wirklichkeit halten, sind nichts als intellektuelle Erfindungen, die keine unabhängig existierende, für sich selbst bestehende Realität beinhalten. Nach der Lehre des Buddha existieren wahrgenommene Phänomene lediglich als Bezeichnungen, als Namen und Konzepte, die wir ihnen zuweisen. Die Art und Weise, wie Erscheinungen funktionieren, lässt auf keine ihnen eigene, greifbare Wesenheit schließen. Man könnte die Erscheinungen mit einer Fata Morgana vergleichen. Je näher man ihnen kommt, desto weiter entfernen sie sich, um irgendwann ganz zu verschwinden. Genauso verschwinden die Phänomene vor dem Geist, der sie genau analysiert. Der Buddha leugnet nicht, dass die Dinge erscheinen, sondern geht davon aus, dass Erscheinungen und Leerheit dasselbe sind. So gesehen existiert die Blume und ihre Formen und Eigenschaften schreiben sich in unseren Geist ein. Aber ihre Natur ist frei von jeder Existenz an sich. Der Buddha leugnet! Amen.